und damit seid ihr grüßt mein lieben zwerge gnome hobbits und endo dem zu einem neuen let's test von einem demo version von der gamescom 2021 in die arena booth online und wir spielen lucky tower ultimate ein spiel was es auf der gamescom gibt es ist bekannt von seinen flash games und für gab es kostenlos schon als flash geben zu spielen und jetzt gibt es das bald auch bei steam zu kaufen in einer neuen version nicht neu aufgesetzt sondern also nicht nicht normal die alten flash games noch mal einfach geportet sondern hier mal ein neues spiel ein neues dauer game und ich würde mal sagen wir spielen es einfach wir starten mal ein lucky tower war schon großer fan von der flash games jetzt freue ich mich auch hier auf also auf geht's ja tutorial let's go wenn wir die version hey there i see we have a new servant among us get on your feet for the job das hätte nicht sein sollen okay i'll just streamen die nachtmöchchen oder was okay ich sehe walking is just your thing how about a little dance for me jump lass mich raus hey er lässt mich raus attackieren ich bin oh man er sieht ich habe mich zuerst Batman das ist das ist ich bin du beurte die die beurte die und ich bin war ich bin ich bin ich bin das ist ich bin du ich bin das ist Tauern. Mal sehen, ob du sie anhandeln kannst. Mit dem können wir es grabben. Und durch gehts. Hier, ich habe ein Präsent für dich. Schau, was drin ist. Oh Mann, du hast nicht einen Hattface. Geh es weg. Ich bringe eine Papierkarte. Okay, wir arbeiten hier als Team. Es ist wichtig, dass es für deine Brüder gibt. Wir holen diese Brüder mit unserer Signatur-Sewer-Gruppe und sie in diese Lunchboxen. Aha. Äh, ja. Aufheben. Und ja. Wieso nichts? So. Und. Wieso nichts? So. Und. Hier muss es rein in die Box. Ja, gut. Weg übt sein. Okay, das war scheinbar noch nicht nah genug. Wieso? Ich bin mal wieder drin. Jetzt kann ich das Tutorial spielen. Ah, sehr schön. Das mitnehmen. Ich setze ein paar Träte in diese Dölle. Schaue, ob du sie ausmacht kannst. Aha. Okay. Okay. Blick auf ein Objekt, achso, mit dem D, dann schütteln. Wunderschönen. 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 Erstmal ein bisschen quatschen. Großartig. Oh, drei Türen. Das kommt mir bekannt vor. Geh durch eine dieser Türen und schüttel jemanden, der versucht, dich durchzunehmen. Vielleicht, einen Tag, werde ich dir eine Prüfung geben. Glückwunsch! Da stand irgendwas an Werbung. Ich, äh, ich erinnere mich nicht, dass ich meine Kleine auszunehmen. Kein Problem. Meine Kraft kommt von tief innen. Komm an mich, mysteriously gefährliche Tür. Biss von Führung! Mhm. Springen tun wir wie? Springen tun wir wie? Hab ich gerade schon gemacht. Hab ich gerade schon gemacht? Ah, mit A springen wird. Geh das! Ah ja, und das kommt uns bekannt vor. Komm hier. Hier. Let's put this here. I gotcha. I gotcha. Wissen wir mal noch nicht. Retreat! Alright! Come to daddy! Hm. So, na. Okay, come it's here. Farewell. Das ist für nichts. Let's just take this right here. What? Don't need this anymore. Woah! I need this? Let's put this away. Where are we? Was we on? And zack. I thought we can do it. I'll take it. Woah! Wow! Ah, that's nice. We actually could do it. This tower holds no challenge for me. Okay. Okay. Das war ein Back. Äh, restart. Oh. Oh, scheiße. Das ist ein sehr, sehr schönes Ding. Das dauert für die Jahre zu sehen. Okay. Okay! Ja, gut. Ja, gut. Uh-oh. Hm. Hm, wir müssen... ... etwas gleich Starkes darauf legen. Okay, lass uns das. Wo ist die Dressungstelle? Hey, das ist nicht Poké. Boooo. Oh, und übrigens, dein letztes Album verletzt. Okay. Okay. I'd like a gift. Maybe... ...an eye. You wanna get... Come to Papa. Papa... ... 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